Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nichterweisheit letzter Schluss. Ja, dieses Mal irgendwie ein... Mal gucken, ob es überhaupt geht und wenn ja, wie gut. Wie gut funktioniert das aktuelle Raspberry Pi OS auf einem 10 Jahre alten Raspberry Pi 1? Mal gucken, weiß ich nicht. Gucken wir uns gleich nur zusammen an. Ich habe da ein bisschen was zu vorbereitet. Ja, bevor es losgeht, meine Selbstbeweihräucherungsseite, was ich sonst noch mache. Ich bin der Entwickler vom Softwareverteilungssystem M23, organisiere die Kilo Open Source und Linux Tage und bin Dienstleister zu M23 Linux und freier Software. Letztendlich alles mögliche, was irgendwie mit Linux und Open Source zu tun hat. Ich entwickle Software, ich mache Administration, Schulung, Support, Beratung, quasi alles. Dann gibt es auch noch den wöchentlichen Livestream in der Genre und Hauke Show auf Linux Guides. Guckt da einfach mal vorbei, was wir da so verzapfen. Und da ihr dieses Video ja schon seht, kennt ihr entweder meinen YouTube- bzw. meinen PeerTube-Kanal, der demnächst von DevTube auf Technics umzieht. Und hier zeige ich halt berufliche und private Projekte. Und zum heutigen Thema. Ich habe über die Jahre mehrere Raspberry Pis gesammelt. Am Anfang relativ viele von der Einser-Serie. Weil ich irgendwie dachte, naja, das ist doch irgendwie eine tolle Sache mit diesen Dingern. Und wer weiß, wie lange es das nochmal gibt. Und da habe ich immer nochmal einen bestellt und nochmal einen. Und jetzt habe ich ja ein paar hier umliegen, die ich nicht mehr so wirklich benutze. Der Raspberry Pi 1B. Den gab es ja schon vor 10 Jahren. Jetzt noch nicht ganz 10 Jahre, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video ja mache. Aber im April 2012 ist er halt rausgekommen. Die erste Version hatte sogar bloß 256 MB. Und dann im Juni, glaube ich, 2012, hatte das Ding auch schon 512 MB RAM. Ja, ich habe bloß die mit 512 MB RAM. Von daher habe ich irgendwie Glück gehabt. Habe ich nicht sofort mir so ein Ding bestellt, als es irgendwie verfügbar war. Und da drauf gibt es eine ARM11 CPU mit nur einem Kern und 700 MHz. Der wurde damals in China produziert und auch in UK, also England, United Kingdom. Und wenn ich das richtig sehe, habe ich hier die UK-Version. Die kann man daran erkennen, dass die für den Kopfhöreranschluss so einen blauen Bubbel hat. Und die China-Version, die ich habe, hat schwarz. Also ich habe irgendwie ein paar, wo es schwarz ist, da steht immer China drauf. Und blau, das ist immer UK. Kann jetzt reiner Zufall sein, dass es bei mir so ist. Vielleicht ist es immer so. Aber diese Uralt-Version von vor 10 Jahren, die wird heute eh keiner mehr haben wollen. Ja, denke ich mal. Aber wenn ihr es noch rumliegen habt, kann man noch ein paar kleinere Projekte damit machen. Und es gibt eben auch eine Legacy-Version von diesem Raspberry Pi OS, was eben nicht auf dem Debian 11, sondern auf dem Debian 10 basiert. Die soll auch deutlich besser wirklich auf dieser 10 Jahre alten Hardware laufen. Aber ich habe das Raspberry Pi OS, was auf dem Debian 11 basiert, mir schon mal vorbereitet. Ich habe hier so eine SD-Karte geschrieben. Da ist es drauf. Ich habe davon noch nicht gestartet. Und ich schließe jetzt das Ganze so an, dass ich die Catcher-Karte wieder habe. Also das HDMI-Signal, was aus dem Pi 1 rauskommt. Das gucken wir uns halt live denn mal zusammen an. Und ja, mal gucken, was da passiert. Ja, jetzt brauche ich noch Tastatur und Maus, damit ich das Ding auch bedienen kann. Und dann geht es gleich los. Mal schauen. So, Strom dran. Mal gucken, vielleicht muss ich das Bild von der Catcher-Karte gleich nochmal ein bisschen durch die Gegend zergeln, damit es auch besser draufpasst. Und einmal hat er sich jetzt schon, ja, genau, jetzt hat er sich halt gestartet und passt dieses Dateisystem an die Größe von der SD-Karte an. Weiß ich gar nicht, was man heute braucht. 8 GB vielleicht Minimum. Also die Karte ist ein bisschen größer als das, was man eigentlich bräuchte. Und mal gucken. Mal schauen, was er jetzt von der Auflösung nimmt. Gleich halt noch ein bisschen rumzergeln. So. Jo. Okay. Das ist jetzt irgendwie... Verstaunlich schnell. Okay. Also er blinkt lustig vor sich hin. Ja. Okay. Und jetzt... 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 Oh. O. Oh, mal gucken, ob es irgendwo... Also irgendwie andere Shels gibt es auch nicht. Ich glaube, ich warte lieber noch ein bisschen. Nicht, dass da irgendwelche wichtigen Sachen jetzt laufen, die ich damit abbreche. Oh, okay, okay. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber jetzt... Richtige Tastatur nehmen, nicht die falsche. Also da... Ja... Also gut, die virtuellen... Okay. Also es dauert wirklich lange. Ich habe eben auch die grafische Version genommen mit irgendwie so einem umfangreichen Paketsatz gleich mit auf der SD-Karte. Und eigentlich müsste er eben auch diesen Desktop starten. Ja, es muss sein, dass er jetzt ganz viel rumswabbt. Das deswegen hier nicht weitergeht. Und man auf dem Desktop-Kanal eben auch nichts sieht, weil der einfach nur schwarz ist. Login timed out. Leider zu langsam. Just kidding. Nichts. 侵略, wmg... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und Nummer 2 Mal gucken, ob der besser ist Ob sich da was anderes tut Wir werden es sehen Es gibt auf jeden Fall schon mal so ein kontrastreiches Schwarz als Hintergrundbild. Aber irgendwie blinkt es schon so als ob da Aktivität drauf ist. Wenn man das Kabel nicht umsteckt vom HDMI zur Kinscherkarte, dann tut sie erfahrungsgemäß wenig. Ich gebe nochmal Neustart. So. 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 steckt auch, blinkt weiterhin fröhlich vor sich hin. Gucken. Jaaaa. Das sieht ja schon nach hektischer Aktivität aus. Das kann man sehen. Es blinkt ja. Aber es macht aktuell kein Bild. Kann da auch natürlich an der Capture Karte liegen, dass die jetzt das nicht kann. Ich noch mal eine Auflösung setze. Och, nochmal ein Neustart. Mal kurz warten. Jetzt da wieder rein. Also da war beim Handeln jetzt irgendwie mehr. Jaaaa. Ja, sonst habe ich hier noch so einen rumliegen. Mal gucken. Jetzt aber gleich alles richtig einstecken. So. So. Klick, klack. So. Und Strom. So. Und Strom. So. 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 OBS nochmal neu gestartet. Und Capture Karte hat einem angesteckt. Ich habe ganz ko- Oh. Mauszeiger? Ja. Der schwarze Mauszeiger. Der kommt direkt von dem. Hai. Ah. 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 Und er hüpft. Der schwarze Mauszeiger ist ja schon mal guuuuut. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ah. Hintergrundbild. Hey. Mal gucken, ob es auch noch fürs Menü reicht. Ah. Okay. Ganz. Hallo. Willkommen. Ja. Nein. Ich möchte... Boah. Ich möchte... Boah. Ich möchte saubern. Kleine Verzögerung. Von ungefähr einer Sekunde. So. Kann ich ein G eingeben? Fängt er zum G? Nein. Okay. Bild nach oben. Damit kann ich jedenfalls schon mal besser. Blätter. Oh. Pff. Das war mal ein Treffer, ne? Genau. Berlin. So. Lieber mit der Natur. Tab. 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 Wäre im Haus vielleicht doch schneller gewesen. Next. Und jetzt... Ja. Wie ist das? Es ist alles schwerst Arbeit. Auf neueren Modellen sollte es halt sein. deutlich schneller gehen, aber hier ist das echt eine Menge Arbeit. Vielen Dank. Es hat aufgehört. Es ist jetzt fertig. Oder nicht? Ja! Ist er jetzt fertig? Nein! Ja, bloß nichts Kompliziertes. Was? Äh, was? Doch, doch, das passt alles super. Äh, nee, ich möchte nicht aktualisieren, das dauert bestimmte Stunden. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, ähm, gucken. Oh, das geht sogar. Ich habe hier die, äh, ja, diese Windows-Taste, oder wenn ihr ein Pinguin drauf habt, die Pinguin-Taste genommen und, was haben wir denn da alles? Boah! Ja. Ja. Geh wo ins Librooffice. Ja. Gucken. Mal gucken. 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 Mal gucken. Gucken. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich habe jetzt nicht gestorbt, aber so, keine Ahnung, eine Minute, anderthalb war es bestimmt. Das ist ja auch eine feine Sache. Das ist ja auch eine feine Sache. Oh, nochmal. Und wieder weg. Und jetzt. Nein, jetzt. Jetzt. Ja. Zeile. Ich liebe mir mehr. Ja. So macht Schreiben Spaß. Tipp des Tages, ähm, ja, ja, äh, das möchte ich nicht, äh, oh, also ein bisschen Verzögerung ist jetzt auch durch die Capture-Karte, aber nicht so viel, ja, 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 ähm, ja, ich nicht, äh, ja, ähm, also wenn ich jetzt sagen würde, dass es prinzipiell läuft, ist es nicht falsch, aber zwischen Laufen und Benutzbar ist noch wirklich ein großer Unterschied. Also, ähm, nein, nein, also lieber Finger davon lassen, das, das bringt's wirklich nicht. Also für so einen Raspberry Pi 1 finden sich im Zweifelsfall irgendwelche anderen, ja, Verwertungszwecke, vielleicht einen kleinen WLAN-Accesspoint mitmachen oder sonst irgendwas mit. Also man muss ihn ja nicht wegschmeißen, er ist ja wahrscheinlich nicht kaputt nach der Zeit, also keine Ahnung, warum die beiden davon nicht wollten. Vielleicht war ich jetzt einfach etwas ungeduldig, aber grafischer Desktop drauf ist halt irgendwie nicht die richtige Anwendung dafür, war es eigentlich damals auch nicht wirklich. Ja, ja, ähm, das zum Thema, wir probieren mal aus, ob das funktioniert und wenn ja, wie gut, ähm, funktioniert, aber überhaupt nicht gut. Nachdem wir das jetzt geklärt haben, dass das keine gute Idee ist, viel Spaß beim Nicht-Nachmachen, beim, ähm, ja, vielleicht finden von anderen sinnvollen Projekten für so einen Raspberry Pi 1, muss man ja nicht wegschmeißen, aber grafischer Desktop ist keine gute Idee, ähm, ja, ansonsten, äh, bis zum nächsten Mal, abonnieren und, äh, Glocke drücken und, äh, irgendwie so und, äh, tschüss. Musik 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 Musik